Ich habe Ihnen ja noch ein Greenscreen Video versprochen und das sehen wir jetzt hier. Ich habe auf meinem Handy eine App installiert, die grüne Hintergründe automatisch austauscht und mich, Sie sehen das, in eine Schneelandschaft stellt. Dafür habe ich hinter mir einfach eine grüne Wand hochgezogen, das kann auch eine Decke sein und die App übernimmt den Rest. Es gibt da verschiedene Apps, die meistens sind leider nicht kostenfrei, da wäre eine kleine Investition notwendig, aber man kann da ganz tolle Sachen mitmachen, indem man sich selbst oder Schülerinnen und Schüler in ganz andere Situationen hineinversetzt. Probieren Sie es einfach mal aus.